Willkommen zurück zu Craft Attack. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt diese Kiste vom letzten Mal. Ich muss nur noch kurz was schreiben hier, weil meine Freundin was geschrieben hat. Und dann geht's rein da. Ich hab's nicht getriggert, aber es ist nur Scheiße drin. Aber Kerzen sind da. Brauchst du Kerzen? Nein. Nein, scheiße, Mann. Echo Shard, ist das geil? Boah, ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Du weißt nicht, was man damit machen kann, oder? Ja, ja, ja. Ich will da oben noch die Kiste looten. Wie viele Diamanten hast du jetzt? Einen. Nee, warte. Doch, einen. Das heißt, wir haben 15 insgesamt. Oh, hier wird sich, glaub ich, schon mal eingebaut. Ja, na, hier war schon mal jemand. Also, hier ist man auf jeden Fall mit so Wolle gebaut. Ich dachte, ich hab jetzt gerade in Warden gespawnt, aber es ist zum Glück nichts passiert. Warte, war das sogar in den Chess, wo ich gerade war? Hm. Bin ich im Kreis gelaufen? Ich weiß es nicht. Ich muss den da abbauen und dann da zum Turm gehen. Felika, aber du bist mir auf jeden Fall übel die Hilfe gewesen, weil allein hätte es einfach nur an der Motivation gescheitert. Ich hätte das locker easy ja auch, hätte ich auch hingehen können und sagen, yo, ich mach das jetzt, ne, weißt du? Aber allein ist alles... Oh, nein! Ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, ich hab ihn jetzt gespawnt. Nein, doch nicht. Oh, Felika, das ist viel zu spannend, Alter. Ja, aber dann beim... Oh Gott. Alles gut. Alles gut, Mann. Da oben ist noch eine Kiste und dann hab ich's. Ich hab gar keine Ahnung, wo ich jetzt gelootet hab und wo nicht. Alter, ich hab hier Lure, 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 was weiß ich, wie das heißt. Ja, und ich hab drei Diamant, äh, ne, Horse Amores. Ja, aber es ist irgendwie nicht so krasser Loot. Und ne Protection Leggings, das heißt, ja, ne, die nehm ich mal mit, würde ich sagen, mit Unbreaking. Protection 3 ist da drauf. Oh, hier ist ein Chest. Ich check jetzt mal Lage hier, wenn wir überlegen. Das hinten sollte ich auch easy hochkommen. Das hier kann auch getriggert werden von mir. Hier geh ich runter. Aua. Äh. Shit, ich hab Wasser gebläst. Egal. Hier sollte nichts passieren. Hier unten ist Lava. Theoretisch können wir uns ein Netterportal gießen, um hier rauszukommen. Weil ein Netterportal dürfte nicht so weit weg sein. Also deins, meine ich. Ja, ja. Oder? Scheiße, nein, jetzt ist was. Er ist bohn, scheiße, ich bin gearscht. Felika, 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 nein. Ich hab ein 5-Buch. Aber die Kiste war sortiert, warum war die sortiert? Echt? Vielleicht war einer drin? Oder hat reingeguckt? Shit, 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 shit. Ich schiebe mir das jetzt, oder? Mach, nimm's dir. Ja, ich bin jetzt gerade, ich hab den One gespawnt, Felika. Okay, warte, mir ist das alles sowas von egal. Ich öffne jetzt jede Kiste. Swift Sneak! Felika, ich hab Swift Sneak. Das ist wichtig. Das bräuchte ich mir eigentlich für beide und da können wir rausgehen. Ja, das schenke ich dir. Das hast du dir verdient. Ja, aber du hast es auch. Ja, aber wie verzauber ich das? Wir haben keinen Amboss, Mann. Ja, noch nicht. Boah, hier sind ganz viele Dears bei mir. Hier sind richtig viele Dears. Pass bitte auf, irgendwo läuft ein Warden rum. Ich weiß halt nicht, wo du bist. Baue sie ab. Komm. Bei dem einen ist nichts passiert? Dann wird beim anderen auch nichts passieren. Wie viele hast du? Ja, die sind eher... Warte, 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 ich bin jetzt gerade noch am Abfahren. Kacke spawne ich jetzt den nächsten Warden. Scheiß drauf. Es ist mir gerade alles egal. Oh mein Gott. Ich öffne... Ich hab Diamant Hosen! Richtig gute! Oh, du bist hier von mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier sind Regeneration Tränke. Bam, bam. Und jetzt muss ich laufen. Ich hab den Warden... Den zweiten Warden gespawnt. Oh mein Gott. Du kannst doch Osten laufen, da bin ich. Osten... Da, ich seh dich! Ich seh dich! Ich hab Warden im Gepäck. Warte, sneak mal, sneak mal. Warte mal, ich sneak mal. Dann läufst du nicht hier rüber. Warte, ich hab Unbreaking 3... Also eigentlich, wenn du vor dem wegsneakst, dann passt das. Ich hab ne Fire Protection 4 Unbreaking Mending Diamant Hose. Zieh mal an, zeig mal. Ja, und ich hab ne Unbreaking 3 Mending Diamant Hose. Aber soll ich Protection 3 Eisen oder ist Diamant immer besser? Diamant sieht edler aus. Ich hab Diamant anziehen. Gut, dann machen wir das so und das hier schenke ich dir. Da ist Unbreaking und Mending drauf. Dankeschön. Und das Buch ist auch für dich. Und hier einmal noch Regeneration Tränke. Ah. Und du kriegst ne Diamond Dingsbums. Und die hier geb ich dir auch. Und ich glaube, das... Ne, Echo Shards kriegst du auch auf jeden Fall. Hast du Diamanten, die du mir rüberreichen könntest? Da sind 8 Dias. Danke dir, Mann. Oh mein Gott, das reicht für ne komplette Diamantrüstung. Schön. Ey, Felika, Mann. Das war doch das Ziel, oder? Das sind doch Looträume. Und du brauchst andere Swift Sneaker. Du brauchst das für beide. Das ist wichtig. Warum denn? Dann kannst du schnell sneaken. Voll krass. Ja. Okay. Das ist voll cool. Okay. Und ich kann jetzt Obsidian abbauen. Das ist auch wichtig. Über mir ist noch was. Wo bist du lang? Äh. Um die... Ja, ich seh dich, ich seh dich. Warte mal. Ah, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ich glaub, wir sollten hier versuchen, jetzt rauszukommen, oder? Also sterben wär blöd jetzt, ja? Ja. Aber ich würd mich hier einmal... Ist nicht unter dem Portal oder am Portal noch ne Kiste oder so? Ich glaub, ich geh das noch abchecken. Boah, ich weiß gar nicht. Kann das Portal irgendwas? Ne, das kann nichts. Aber... Ich glaub, da gibt's Kisten. Glaub ich. Weiß ich jetzt nicht. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich check kurz ab. Hier ist überall nichts. Ich hab Swift Sneak 1, hab ich noch gefunden. Ja, ist doch gut. Aber wir brauchen 3 insgesamt. 3 ist die höchste Stufe. 3 ist die höchste? Mhm. Okay. Ich bin jetzt direkt beim Portal. Hier sind... Ich hab hier so ein Template gefunden. Ein wertvolles. Es ist selten. Äh, what? Amortrim. Gibt's hier nicht Kisten? Ich dachte, hier gibt's immer Kisten bei diesem Portal. Ah, die hat einer... Die hat sich einer weggesnackt, weil hier diese Blöcke... Wobei, nee, das sieht nur so aus. Aber da sind keine Kisten, oder? Ich glaub, dann ist die hier... Ungelootet. Aber es gibt doch einen Raum unten... Ach, scheiße. Ich hab wieder einen Warden gespawnt, glaub ich. Scheiße. Oh, ja, ich hör's. Verdammte Scheiße. Ich muss kurz hier, äh, entkommen. Schneller, schneller, schneller. Ich würd nur... Ich würd nur ein Stück laufen und dann sneaken. Ich bin doch in diesem Raum gefangen. Ja, okay. Okay, jetzt muss ich laufen. Ich bin safe, ich bin safe, ich bin safe, ich bin safe. Ich bin safe. Es ist alles gut, glaub ich. Ja, okay. Shit, hab ich die Kiste schon gelootet? Hier ist Fire Protection Buch. Ich spawn grad den nächsten Warden. Felika, wir müssen hier raus. Es tut mir leid, Mann. Oh mein Gott, das war direkt neben mir. Ja, ich bin hier. Hallo, komm. Machst du das? Komm. Nicht laufen, nicht laufen. Lauf, ist nicht gut. Komm doch jetzt. Guck mal, hier ist noch ein Monster-Spawner. Scheiße, und da spawned jetzt der nächste Warden. Felika. Oh mein Gott. Lauf. Da war noch Dias. Da war noch Dias. Warte, wo gehen wir hin? Hochstacken. Warte, mach langsam, sonst bleibt ihr uns hinterher. Okay. Und du spawnst doch ein oder nicht? Ich spawn noch ein. Scheiße, wie viel ist das? Oh mein Gott. Felika, komm. Komm, 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 komm. Folg mir. Ich hab nen Plan, ich hab nen Plan, ich hab nen Plan. Guck mal, hier rein. Du hast keinen Plan. Doch. Sehst du mich? Ich bin's nicht, ja. Felika. Scheiße. Wo bist du? Stack dich hoch. Oh, ich bin mittendrin, ich bin mittendrin. Scheiße, nein. Nein. Oh mein Gott. Warte mal, wenn ich den Bogen schieße, denkt der vielleicht, ich komm von der Richtung. Oh mein Gott, nein, ich würd nicht mit Bogen schießen. Doch, 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 der läuft jetzt, doch, der ist zum Pfeil gelaufen. Guck mal, jetzt dreh dich nach hinten, dreh dich nach, nein. Ich hab mich hochgestockt. Ja, ich seh dich. Fuck, der läuft in meine Richtung. Du bist sicher? Bau dich einfach hoch. Bau dich hoch. Oh mein Gott. Nein, ich bin nicht sicher, der riecht mich. Nein, der riecht mich. Der riecht mich. Sicher? Der riecht mich. Ich krieg's gleich ab. Ich baue mich in den Berg rein. Nee, der schaut mich an. Echt? Der bei mir mag ich nicht. Dann stack dich doch höher. Ich kann nicht höher, ich bin an der Decke. Ja, dann bau dich doch höher. Ich bin safe. Ich bin safe, Felika, aber ich will dich nicht alleine lassen. Oh. Oh, ich glaube, ich bin wirklich angegriffen. Nein, Felika, dann lock dich aus. Dann geh off. Ich baue mich hoch. Minus 619, 96, 96. Ja, merkt in die Quads, merkt in die Quads. Oh mein Gott, ich werde attackt. Scheiße, scheiße. Echt jetzt? Ja. Wie viel Herzen? Es? Nein, willst du meinen Totem? Scheiße, ich greife den jetzt an. Ich greife den jetzt an. Das ist mir egal, das ist mir egal, das ist mir egal. Ich habe einen Totem. Felika, lebst du noch? Ja, 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 das ist keine Todesnachricht. Oh mein Gott. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ihn abgeschossen. Ich habe mich eigentlich rausgeschossen. Ich schieße ihn ab, ich habe ihn abgeschossen. Ich feuere dem gerade alle meine Pfeile rein. Oh mein Gott. Ja. Alter. Der kriegt übel Dermans und er findet mich nicht. Das ist das Geile. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß halt nicht, der hat halt ultra viel Leben, aber ich habe einen Power-2-Bogen. Glaubst du, du bist safe? Also ich, ja. Wie weit oben bist du? Äh, bei dem Mindshift jetzt wieder. Geil. Also bei einem Mindshift. Gut, dann lasse ich den jetzt stehen und grab mich hoch. Ja? Ja, ja, wenn es funktioniert. Ja, der Chilter, der findet mich nicht. Alles gut. Ich glaube, wir haben es geschafft. Du kannst doch nicht sagen, dass du drauf gehst. Ich hätte drei Herz oder so. Als ob. Oh Gott, Alter. Ja. Ey, ich hätte so ein schlechtes, ich hätte so ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber wirklich. Oh, scheiße. Oh, ich glaube, wir hätten noch ein bisschen was looten können, aber... Hätten wir? Ja, aber da laufen jetzt, glaube ich, vier oder fünf Wardens rum. Ja, jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig. Aber wir lassen den anderen noch was übrig. Ja, stimmt. Hat auch was. Alter. Ich frage mich jetzt, wo ich jetzt rauskomme. Oh mein Gott. Ich bin jetzt auf Höhe, äh, minus acht. Ich grab mich jetzt einfach straight hoch. Ich will jetzt einfach raus, Felika. Ja, ist okay. Ich mache dich auch. Ich bin auf 58 schon. Was? Ja. Was geht mit dir, Mann? Ich, ich konnte richtig schnell laufen hier. Als du abgelenkt hast. Ja, ich muss mich straight hochbuddeln. Das ist übel anstrengend. Ich hasse das. Boah, ey. Was war das, Alter? Das war viel zu aufregend. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Warden gespawnt, weil ich nur mal kurz gesagt habe. Ich auch nicht. Der war einfach da. Du warst die 20. Wie viele waren das? Ich weiß nicht, wie viele. Okay, doch. Am Ende habe ich Warden gespawnt. Echt? Aber nur, weil ich weglaufen musste. Ja, egal. Wir haben es überlebt, Mann. Die Warden sind eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn man halt weiß, wie man damit umgeht. Und das wussten wir ja. Ja, eben. Genau. So sieht es aus. Bam. Geil, Mann. Junge, Junge, Junge. Ich bin raus. Und das alles schon vor Stream-Start, ne? Was hier abgeht. Das ist wirklich krass. Ich habe es raus geschafft. Ich bin in irgendeiner hässlichen Höhle. Aber sollte auch bald draußen sein. Also hier ist so ein Tower mit so einem Schild. Da steht Revi. Genau da bin ich rausgekommen. Oh. Warte mal, Revi hier. Warte. Der ist nicht da, ne? Nee, nee, nee. Ja, deswegen seid ihr euch die ganze Zeit wahrscheinlich über den Weg gelaufen. Scheiße. Er ist halt wirklich in der Nähe. Warte, ich muss schon. Oh, mein... Okay, 600 Blöcke ist meine Base weg. Das ist schon ein Stück. Ja, eben. Das hat mich nämlich gewundert. Findest du zu meiner Base zurück, oder nicht? Die Koordinaten weiß ich ja. Die Koordinaten weiß ich ja. Ja, okay. Ich schaffe das. Dann glaube ich da hin. Ja, ich würde zum Spawn gehen und dann zu dir fliegen wahrscheinlich. Weil ich zum Spawn schneller zurückfinde. Oh, hier ist Dirt. Ist das schon der Ausweg? Nein. Scheiße, Alter. Ich bin auf Höhe... Ich bin auf Höhe 100... Ja, ich bin auch in Revisberg, Alter. Sowas von in Revisberg. Erstmal Revi eine Spawn-Trap bauen. Blitzt es? Ja, der Content. Nee. Ich weiß halt nicht, wo er sich ausgelockt hat gestern. Ja, okay. Shit, 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 shit. Ich bin in Gravel gefangen. Oh, Kacke, Alter. Jetzt am Gravel sterben. Jetzt da drin sterben, wer verrückt glücklich ist. Äh, gar kein Wort. Du hast so 20 Wardens überlebt, aber das nicht. Ja, Wardens sind auch nicht schlimm, Mann. Wardens sind okay. Also, das war schon grenzwertig gerade. Findest du? Oh, Emerald gefunden. Alter, ich baue mich... Junge. Mich triggert das gerade so, dass ich... Mann, 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 Mann. Alter, ich bin jetzt auf Höhe 140 und immer noch nicht draußen. Was? Das triggert mich so enorm gerade. Was sagst du? Ich weiß es nicht. Ja, geil, ich komme im Puderschnee raus, natürlich. Mount Everest. Und direkt vor mir ist eine Ziege. Direkt vor mir ist eine Ziege mit einem Horn. Der ist jetzt erstmal umgenietet. Boah. Nein, die Arme. Hä? Wo bin ich? Ey, hier ist übel geil. Ey, was ist das? Dass das Schnee ist. Ja, hier sind so Snowy Slopes und so. Genauso, wie wir in Hardcane Ancient City gesucht haben. Genau, das habe ich hier. Hier ist überall Tiger, Biom, Blah und so. Und da hinten ist die Savanne. Wir haben es jetzt genau umgekehrt gemacht. Genau, wir haben es in Craft Attack gefunden, was wir in Hardcane gesucht haben. Ja. Ja, und wer baut hier? Revi. Alter, was hat er vor zu bauen, bitte? Junge, 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 was war das? Ich bin angekommen. Felika. Oh, shit. Ich bin zwar noch nicht da, aber ich bin auf dem Weg. Alter. Ey, was war das? Das ist ja krass, wirklich. Hier nochmal ein Emerald. Und jetzt bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Puh. Ich würde an der Stelle tatsächlich die Folge beenden. Felika. Ja. Ich bedanke mich für deine Hilfe. Ja, gerne. Wenn ich mehr Zeit hätte, wäre ich auch noch mitgegangen. In die Trial Chamber. Ja, ja, ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich muss gucken, ob ich das jetzt mache oder ob ich das alleine mache oder so oder ob jemand Bock hat, die zu machen. Ja, würde sagen, haut rein. Schaut bei Felika im Twitch-Stream vorbei. Ich bin immer noch im Urlaub. Bis dann und tschüss. 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 Tschüss.